Dann hoch. Mal gucken, wie es weiterläuft. Das wird schon, das wird schon alles. Ich glaub an mich. Und ich kann mir wieder einen E-Tank holen. Mach ich doch. Ich hol mir noch mal einen. Ah, das ist doch schön gewesen. Erstmal ganz lange für so einen E-Tank hier in Bewegung zu sein. Brauns. Ja, schön. So, und du bist gleich tot. Und du hast mir eine Schraube gegeben. Seht ihr, es geht doch. Ach so, ja. Jetzt weiß ich wieder, wieso das so schwer war. Nein, 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 nein. Boah, Glück ab. Ich komm hier gar nicht anders durch, oder? Es geht gar nicht. Hm. Verdammt. Ich muss da lang. Ich muss diesen blöden Weg gehen. Der so blöd ist. Dass ich ihnen eigentlich nicht gehen will. Au. Ah. Au. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt mach mich doch nicht zum Affen hier. Tu doch nicht so, als wäre ich so schlecht. So. Zack. Haha. Schön. So, wie ging's weiter? Zack. Zack. Äh, nö. Naja, geht auch. Reicht. Ich brauch keine weiteren E-Tanks. Oh, da ist ein... Da ist eine Schraube. Wie komm ich da hin? Da komm ich gar nicht hin, oder? So nicht? So nicht? Nö. Geht nicht. Sorry. Ist nicht. Heute nicht. Okay, dann komm ich halt nicht an den E-Tanks. Schade, aber... Blowns. Blowns. Und Gutsman. Tut mir nichts. Denn Gutsman kann nicht. Kann doch. Wahaha. So. Und ein Großman. Großman. Krotzman. Ach, was weiß ich. Hauptsache, ich komme hier endlich zum Boss. Zu den Bossinnen, meine ich. Die alle so aussehen wie das Fieder. Bloß anders. Bloß. Ab nach oben. Oh, jetzt kommt das wieder. Ja. Geschafft. Oh. Tunnel Reno kommt. Und es schießt Raketen. Wie der Penis... Das Penis-Piratenschiff da zu seiner Zeit. Die... Ne, stimmt. Früher war. Weil dieses Spiel ist ja... Ja. Ich glaube, das ist später erschienen. Hier dieses D-Make. Nicht Megaman 8, aber das D-Make. Davon. Das ist ja 2010. Baujahr 2010. So. Und runter. Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Ah, ich... Ich hätte es tun sollen. Äh, können. So. Zack. Und runter einfach. Ach, ist mir doch egal. Ey, Hauptsache ich komme zum Boss hier, ne? Äh, au. Na los. Ja. Na los. Na los. Töte mich nicht. Ich wollte nicht getötet werden. Ich werde nicht getötet. Mann, bin ich gut. Ich sollte das öfters sagen. Vor allem zu den Bossen. Äh, nein! Da kam einer aus den Wolken. Bäumen, meine ich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. Bitte, lass die Boss-Tür auftauchen. Bitte. Boss-Tür her. Äh. Was? Was zum... Äh. Ich wollte doch nur die Boss-Tür haben. Ich wollte nur diese Boss-Tür. Wieso verwehrt ihr mir meine Boss-Tür? Au. Oh nö. Das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß-Weg nochmal gehen. Ah. Das wird doch nix. Ich komme noch niemals bis zur Boss-Tür hier. Und wie war das? Wie viel Leben haben wir noch? Na, eins. Oh, gut. Ich dachte schon. Ich dachte schon, das wäre schon wieder Ende für mich hier. Hm. Jetzt wird's eklig. Ja, schön. So macht man's. Genau. Jetzt weiß ich's auch. Und alle anderen wissen's jetzt auch. Gut. Ha. Ohne getroffen zu werden. Nö, nö, nö. Aua. Mann. Gerade bei Megaman muss sowas auch immer passieren. Nicht wahr? Immer. Ja. Ich hab Angst. Ich muss springen. Ah. Gesprungen. Und nochmal. Und nochmal hoch. Ah, schön. Ey, das ist grauenvoll, wenn man so denkt, gleich wärst du tot, wenn du das machst. So, scheiß drauf. Ich hab nämlich kein, wie gesagt, ich hab keinen Bock auf irgendwelche Spielchen. Und wenn ich dadurch halt Lebensenergie kriege, na und, solange die hier reicht noch. Und, und, wann kommt der von oben? Da kommt der. Den lass ich schön beiseite. So, schön. Schöne Sache. Und hoch. Und, oh, oh. Au. Durch. Durch, einfach durch. Boss, Tür kommt. Was kommt hier? Äh. Endlich ist mal dieses Ding kaputt gegangen. Äh. Ach so. Oh. Das sind Schlacheln. Was? Das geht doch gar nicht. Und ich darf schon wieder von hier anfangen. Bin ich gut? Man kommt endlich die Boss-Tür, frage ich mich. Die kommt nicht mehr, oder? Die wollen sie mir verwehren. Ganz ehrlich. Das, so sieht's aus. Die gibt's hier gar nicht in dem Level. Nein. Nein. In dem Level gibt's keine Boss-Tür. Diese Stage ist noch unvollendet. Beziehungsweise, sie wollen nicht, dass jemand die vorhandene Boss-Tür erreicht, die eigentlich doch nicht vorhanden ist. Weil sie keiner erreicht hat. Niemand kann davon berichten. Oh, haha. Nein, weiß ich nicht. Zack. Ist das eklig. Ist das ekelhaft, ey. Bam. Aber wenigstens krieg ich Schrauben. Wie viele hab ich denn? Ah, Mist. Falsche Taste. So, wie viele Schrauben hab ich? Oh, 35 schon wieder. Bam. So. Und buff. Ja, langsam wird. Langsam, aber sicher. Gehen wir wieder denselben Weg wie vorher. Und sammeln wieder Schrauben ein. Ey, jetzt könnte ich echt... Jetzt, wo ich keine Schrauben so richtig brauche. Weil ich nicht wüsste, was ich damit kaufen soll. Haha. Diesmal hab ich's. Diesmal hab ich's. Ich wollt's mal probieren. Siehste, seht ihr... Ach, wieso sag ich immer süßte? Weil das ist umgangssprachlich bedingt wahrscheinlich. So, hoch. Schön. So, jetzt kommen wir wieder hier hin. Und da kommt gleich wieder unser Freund von oben. Da ist einer von denen. Und dann gibt's noch einen anderen. So. Da kommt nämlich gleich einer. Autsch. Einfach durch hier, ne? Ist doch egal. Was passiert. Ah, ja. Ja, ja. Schön. Der ist schon mal weg. Aber wie? Komme ich jetzt hier weiter? Hä? 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 Das geht doch gar nicht. So. Also dann das. Dann... So. 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 Ah, okay. So. 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 Was zum... Bitte. Boss-Tür! Ja! Letztes Leben, aber Boss-Tür! Ich werde auf jeden Fall diesen Boss besiegen. Denn ich will diese Stage nie wieder tun, machen, müssen. Und ich hab genug E-Tanks für ihn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich den überhaupt treffen? Irgendwann? Oh mein Gott, ist der eklig. Ah! Das bringt nichts. Fuck. E-Tank. Und das hier. So. Beides. Genau. Dann kann er mir weniger. Haha. Achso, das war Eis. Dann probieren wir Wasser. Wasser. Nein, bringt auch nichts. Shit. Und mehr hab ich noch nicht. Okay, dann kann ich auch... So. Machen. Ah, shit. Was zum... Ich bin schon wieder fast tot. Das geht doch gar nicht. Scheiße. Ah, jetzt klappt's langsam. Jetzt komm ich langsam auf den Trick. Oh mein Gott. Was tut er? Er ist böse. Das ist er mal. Dieser Boss. Ich hasse ihn. Ich werde ihn immer hassen jetzt. So, wie ich ihn sehe. Na komm. Zweimal noch. Ah! Ah! Ja! Ja, verdammt! Ah! Ah! Scheiß auf die Power-Ups. Er ist weg. Er ist weg. Er ist endlich weg. Und ich könnte jetzt eigentlich mal Pause machen, weil... Ich spiele schon wieder zu lange. Hm. Ja. Deswegen... Drei Bosse dann doch endlich besiegt. Homing Sniper. Okay. So. Dann machen wir doch hier Schluss. Und machen dann hier das nächste Mal weiter. Gut. Puh. Tschüssikowski, ne?